Sie sind alle tot, aber sie haben alle saubere Arschlöcher. Richtig. Ja! 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 Heutzutage besteht TikTok aus solchen Videos. Fuck. Mann, ich wollte schon wieder Marvin träumen, Alter. Hallo! Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder zu einer weiteren Runde. GTA. Pokémon Skill 48. 19% mit dem Draugur. Das Drachenfahrzeug. Nein, mit dabei war Aris und Deko. Und Hallo! Was geht ab? Was war das denn, Digger? Ohne Reismuchachos, müsst ihr polieren. Ich wünsche euch einen wunderguten... Hallo. Auf geht's, der Draugur. Ich wollte gerade mal hier ein bisschen rumflexen, wieder mit Gaming-Wissen. Das Wissen zum Draugur habe ich aus Elder Scrolls Skyrim. Das sind so was wie Movien, aber im Wikinger-nordischen Mythos-Zeugs. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Irgendwie so Zombie-Movien-Viecher. Ha 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 ha! Hallo! Hallo! Nein, ich bin durch. Ah, hallo! Eh, Aris! Richtig! Ja! Ja! Jawoll, Alter! Als ob ich explodiert und ihr beiden in. Oh, das ist schön. Ich war der Einzige, der mit nichts zu tun hatte. Ich war der Einzige, der eigentlich schuf durchgekommen ist. Oh, die beiden Pfeiler weiter, ne? Ja! Ja! Ja, Alter! Oh, ich liebe meine Trolls. Was für Boxershorts? Marvin, Boxershorts. Ja. Habe ich auch so im Kopf. Ey. Und Bestrafungsrücken. Das ist schon so ein richtiger Triggerpunkt bei mir, ne? Es ist so weit, ey. Es ist so weit. Marvin, Boxershorts. Was auch, was auch ein Triggerpunkt ist, ich habe heute wieder so einen Podcast gehört über so alte Ze... Yo! Über so alte, alte, äh, ja, so einen Podcast, es wäre ja viel so Film-Podcasts und es war ein Podcast, der in der Quarantäne-Zeit aufgenommen worden ist, ja? Wo, wo, wo so Social Distancing und der ganze Scheiß da Thema war. Und unter anderem... Ja. Auch, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, auch ihr alle dort draußen, dass es kein Klopapier zu kaufen gab. Tigger! Hattet ihr Probleme damit, Klopapier zu bekommen? Also ja, aber wir hatten nie kein Klopapier. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, dass so, wie so eine, wie so eine... ...ein Blatt von einem Baum abgewischt habe. Nein, wie, wie so eine Saga, die man sich erzählt hat. Nein, nein, nein! Fahr doch, Ares, du Lappen! Hatte man sich so erzählt, so, wenn man so draußen so das Flüstern irgendwie zugehört hat, so, ja, irgendwie am, am Montag bei Aldi um sieben Uhr, da gibt's eine neue Klopapier-Lieferung, da muss man sofort da sein. Ja, da wäre ich sowieso raus, weil ich nie im Leben um sieben Uhr... Digga, ich war da! Ich war um sieben Uhr da, du glaubst gar nicht, wie viele Leute nur da hingegangen sind, um sich Scheißpapier zu kaufen, ey! Digga, ist so dumm, ey! Ja, wenn du, wenn du kaum, wenn du eine letzte Rolle zuhause hast und musstest wie bei Frauen tauschen, keine Ahnung, ein Blatt Papier mit, äh, zwölffach Falten und da so ein Loch reinzwiebeln, dann holst du dir irgendwann um sieben Uhr auch Klopapier. Du wirst, du wirst wahrscheinlich so ein Horter gewesen, ne? Nein, wir haben, wir haben nie mehr als eine normale Packung mit, mit, ich weiß nicht, wie viele Rollen da normalerweise drin sind, Klopapier gekauft. LOL! NIE! Und wir hatten trotzdem keine Klopapier-Probleme. Nein, nein, nein! Also das ging, war dann schon irgendwann so, dass wir so, äh, in der letzten Rolle erst, äh, irgendwie der Klopapier bekommen haben, neues, aber... Ey! Okay, ich hab voll... Es war nur so, dass wir kein Klopapier-Daten hatten, wir haben immer nur eine Packung gekauft und kein Stress. Ja, aber man muss auch sagen, da ich hier Harry auch zuhause habe, habe ich einen krassen Klopapierverbrauch, ne? Ja, jetzt schiebt er seine Lüste und Harry, Alter! Digga, er wüscht sich einfach unter den Arsch ab, ey. So machen das wahre Papas. Okay, fährt man da jetzt Vollspeed, oder...? Also ich war gerade zu langsam. Okay. Du gesehen hast, weil ich vor dir runtergekommen bin. Pfff! Oh mein Gott! Ey! Ey, Digga! Ey, ich bin so gut schießen geführt mein Leben einfach, Alter! Ey, ich bin richtig gerade gefahren, hab trotzdem vollkommen. Aris, weg mit dir, du Lappen, du kannst doch eh nicht. Hau ab! Oh, ey, ey! Hallo! Hallo, muchachos! Wie schaut's bei euch aus? Und ich hatte auch keine Probleme mit Mehl oder mit Sonnenöl. Sonnenöl. Ja, weil du so eine Scheiße auch nicht nutzt. Meine Frau kocht ja so auch schon, oder backt auch jeden Tag Kuchen und Brötchen und keine Ahnung was. Wobei, also, ne, wir nutzen schon auch, also, ne, machen wir schon häufiger mal. Okay. Oh, oh! Ey, Digga! Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, endlich! Alter! Das ist gar nicht so einfach, Leute! Hey, Leute! Hey, Leute! Hey, Leute! Was für ne Freude! Was für ne Freule! Oh! Ähm, ja, aber... So, ja. Ich verstehe nicht. Damit ihr das gemeinsam nochmal machen könnt. Weil, ich hab zweimal verkackt, Digga und schon dreimal verkackt. Du darfst nicht First Try schaffen! Warum? Rego, kannst du mir bitte irgendwie was Gutes sagen? Dass ich Aris vorm Punkt runtergekickt habe? Gut Job, dankeschön. Bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Großer Freude gebe ich bekannt, dass ich ein riesiger Lauch bin. Oh, ja. Das ist ein Diebfing. Aber was gab's denn noch? Es gab Mehlprobleme, es gab Klopapierprobleme. Ich glaub, Nudeln war auch ne Zeit lang irgendwie... Nudeln, Mann. Ey, Nudeln! Stimmt! Konserven... Aber auch damit hatte ich keine Probleme, Alter. Die Leute sind einfach alle so dämlich, dass sie... Ich lache die Leute aus, die jetzt immer noch irgendwie 50 Packungen Mehl zu Hause haben, Alter. Ich hoffe, ihr bekommt Lebensmittel-Motten, ey. Alles voller Motten. Ich hoffe, Alter. Ich hoffe. Ihr habt so verdient, ihr asozialen Wichser. Ja, Hamstern ist immer ne Scheißidee. Muss man einfach sagen. Also gerade extremes Hamstern, ne? Wenn man mal, keine Ahnung, drei... Drei Dosen Ravioli zu Hause hat für schlechte Tage, ist das ja noch in Ordnung. Ja, aber wenn man sich halt statt einer Packung Klopapier zwei kauft. Okay, Digga, sei dir übend. Aber kauft doch nicht irgendwie 20 scheiß Packungen Klopapier, Alter. Ja. Den kackst du doch gar nicht. Ja, naja, irgendwann schon. Das wird schon nicht schlecht werden, ne? Aber trotzdem. Es gab doch sogar... Es gab doch sogar ein Unternehmen, was deswegen auch pleite gegangen ist. Ein Toilettenpapierhersteller. Ja? Hä? Ja, der hat dann in dem Monat irgendwie so... Ja, gute Gewinne gemacht, aber wurde irgendwie nicht nach... Also ein Unternehmen habe ich irgendwann in der Zeitung gelesen. Also in der digitalen Zeitung, weil die ist heutzutage noch eine Papierzeitung. Habe ich das gelesen. Hä? Die sind pleite gegangen, weil danach dann kein Klopapier gekauft wurde? Oder nicht so viel, oder? Ja, ja, ja. Die dachten, jetzt kommt Klopapier hier, richtige Mangel. Ich kaufte mir ne Maschine für 8 Trilliarden Euro, weil die Nachfrage bleibt bestimmt so hoch. Höchstwahrscheinlich, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen die Hardcore, äh, ja, einfach so ne Misswirtschaft gemacht haben danach. Haben irgendwelche krassen Maschinen gekauft, die das irgendwie, die so Nanotechnologie benutzen. Aber es gab auf jeden Fall viel... Bissares. Ähm, viel feuchtes Toilettenpapier. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe noch nie in meinem Leben feuchtes Toilettenpapier benutzt. Nein, nicht? Nee. Ich schon. Ey, das ist doch auch voll scheiße für die Kanalisation, oder? Nein, also ich kannte das durch meinen damaligen Mitbewohner. Ich glaube, das ist, äh, richtig umweltbeschließend nicht. Aber, also ich hab's noch nie benutzt, keine Ahnung. Hä? Aris, willst du dich mal irgendwie beteiligen? Nasses Arschpapier hast du da schon mal benutzt? Ey, ich verkack kurz vom Punkt. Hab ich noch nie benutzt. Warum auch? Ey. Weil's das zu kaufen gibt? Keine Ahnung, wenn du... Ja, es gibt so alles Gäste zu kaufen. Ich hab gestern, ne, meine Freundin ist ja so ein bisschen auf TikTok immer so am Gucken abends, ne? Und da gibt's, es gibt Werbung von TikTokern für so viel unnütze Fickscheiße, Alter. Das ist so krank. Es gab, ich hab Werbung gesehen für ne Tupperdose, in die nur Pizzastücke reinpassen. Warum? Das ist einfach dreieckig Tupperdose für... Warum? Als ob du deine scheiß Pizzastücke in eine normale Tupperdose packen kannst. Was? Da kann ich noch was dazu sagen. Ja. Du sagst, die machen komische oder nichts nur zur Werbung. Also ich find den Content, den sie machen, noch viel schlimmer. Also... Nicht nur die Werbung, sondern... Ne, aber die machen... Das ist ja der Content. Und ist ja nicht mal so... Damals... Wo sie zeigen, ich hab mir das gekauft und ich hab mir das gekauft und mir das gekauft und den Link findet ihr übrigens in meiner Beschreibung. Also damals hatte man dann, wenn man so ein Cringe-Video gemacht hat, hat man noch gedacht, Digga, das kann ich nicht hochladen. Also das wird ein bisschen too much, mach ich nicht. Wird gelöscht. Heutzutage besteht TikTok aus solchen Videos. Als hätte man vor Jahren irgendwie alles, was man mal gelöscht hatte, weil das zu scheiße ist, plötzlich auf eine Plattform hochgeladen. Ja, weil es so viele TikToker gibt. Und weil jeder den Scheiß macht, weißt du? Bei YouTube hast du früher zumindest noch, heute ist es ja auch wieder eine andere Sache. Ey. Aber früher hast du als YouTuber so ein bisschen noch so ein Verantwortungsbewusstsein gehabt, für was du Werbung machst und für was nicht. Und heute ist das, oh dafür kann ich Werbung machen, ja super Video. Deswegen, das trifft es auch auf den Punkt, Normalität hängt vorm Umfeld ab. Und wenn du dein Umfeld mit TikTok definierst, dann also stell dir einfach mal vor, du bist auf einer Plattform unterwegs, wo alle Leute sich einfach in die Hose scheißen. Also beziehungsweise nicht mehr eine Hose anhaben, sie scheißen einfach auf den Boden. Die gehen draußen rum, scheißen auf den Boden. Irgendwann gehst du auch auf die Straße und scheiß einfach auf den Boden, weil das für dich normal ist. Ah, ich musste gerade kacken. Ist ja praktisch. Und genau das findet einfach gerade so ein bisschen Content-mäßig statt. Es ist einfach richtig beschissener Fick-Content. Aber, ich muss sagen, ich bin ja auch ab und zu mal durchgegangen. TikTok nicht, weil das für mich der absolute Schmutz ist. Aber so in Instagram Reels, da kann ich mich auch mal so ein bisschen verlieren. Da ist doch genau das Gleiche, nur dass es nicht auf TikTok ist oder auf Instagram. Aber, da habe ich jetzt... Oder nicht? Ich habe mein... Also, das Ding ist ja, wenn du noch nichts geliked hast, dann kriegst du diese komische Cringe-Scheiße, die eine Milliarde Klicks und so hat. Dann kommt der ganze Cringe-Scheiß. Was es aber gut macht, ich habe nur so ein paar Videos mit Hunden geliked und jetzt kriege ich so süßen Hunde-Content die ganze Zeit. Also, da haben sie schnell reagiert. Aber das kann doch nicht sein, wenn du neu bist. Wenn du neu bist und die Hölle auf Scheißerden bekommst. Weil das ist ja das, was jeder Neue, der dort anfängt, erstmal zu Gesicht bekommt. Alle Eltern, die sich TikTok runterladen oder Instagram Reels oder Instagram mit den Reels, um zu schauen, was machen eigentlich meine Scheiß-Kinder da gerade. Die kriegen... Die kriegen diese komischen Videos zu sehen. Da denke ich mir auch so. Ja, okay. Wo habe ich in meiner Erziehung versagt, ey? Ja. Also, das ist die Antwort. Hä? Ey, ich bin gerade zu inkompetent, ne? Ich habe den Punkt immer noch nicht. Hä, welchen denn? Hä? Warte mal. Wo da hinten? Bist doch da ganz hinten? Mit diesen Scheißhäusern. Ja, Deko war hier auch noch eben. Ey, du musst so schräg rüberfahren. Ey, du musst wirklich nur schräg rüberfahren. Ich schaue mir mal kurz an, was Aris da macht, aber... Also, mir mit dieser Dreckskarre einmal nicht kam. Hä? Das ist der Draugur, Digger. Draugur? Der ist auch eigentlich ganz geil. Also, fahrend du... Finste? Ey! Digga, wie du fährst, Alter? Fahr direkt weiter. Fahr weiter. Also, Draugur? So würde ich meinen Drachen nennen. Muss ich wirklich sagen. Äh, Deko, fährst du? Du musst übrigens Fullspeed fahren, ne? Ja. Bin ich schon. Hörst du das? Was für? Meine Hupe, weil du dich nicht bewegst. Sind hier... Sind hier Minen oder was? Hä? Nein, du musst Fullspeed durchbrettern. Du hast schon verkackt. Der Speed reicht nicht aus. Hä? Also, test es gerne, aber... Also, dieses Loch, was du da siehst... Das war bei mir zu. Das. Lol. Und nicht mal da komm ich so. Ehh. Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen entspannter, der Schwung. Huah! Eigentlich habe ich dann nicht ganz sehr gewartet, bis du dir das so anfragen nimmst, aber ich nach hinten fahren kann und dir das so stoppen kann. Nein. Das war eigentlich der Plan dahinter. Oh, warte mal. Nummer eins. Kann ich hier durch? Hä? Nein! Kann ich hier durch? Hoch da. Nein! Okay, dann mal, Muchachos, mit Schmackes! Fly wie ein Möwe! Wuuuuh! Hä? Hä? Das ist alles so? Nein. Dazwischen vielleicht? Pff. Oh Leute. Ich bin jetzt überall durchgefahren, außer dadurch. Da muss wieder Braindeko kommen, um Marvin irgendwie auszuhelfen. Oh shit! Ich würde nochmal zurückfahren. Ey, ich hab schon wieder verkacken. Ich konnte! I've got the point! Uh, uh, uh! Stupid! Fuck! Mann, ich wollte schon wieder Marvin trollen, Alter! Oh ja! Ey, Aris! Ey, so langsam wird, wie sagt man, ein wenig gepeinlich. Hallo? Aris! Aris! Aris, bitte! Okay, Muchachos, kennt ihr irgendjemanden? Vielleicht eure Eltern oder Großeltern oder der Onkel? Oder Freunde oder Bekannten oder so? Die so hart gehamstert haben? Und wenn ja, wie hart haben die gehamstert? Haben die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, haben die so einen Ausschank gemacht und im ganzen Dorf irgendwie 80 Tüten Suppen verteilt und so? Oder lagern die das immer noch irgendwo? Oder wie läuft das? Also gerade Kackpapier, ne? Irgendwo müssen diese Leute hier sein. Irgendwo muss es hier ergeben. Irgendwann in, keine Ahnung, so 20 Jahren, okay, sagen wir mal in 300 Jahren, wenn so eine KI existiert und die Menschheit ausgestorben ist und die irgendwelche Kellergewölben öffnen, dann sind da so richtige Schätze an Klopapier, so richtig, richtig viel Klopapier. Und ich fand diese Memes auch ziemlich geil, wo es darum ging so, sie sind alle tot. Aber sie haben alle saubere Arschlöcher. Das war so geil, ey. Das war so geil, ey. Okay, so einen Moment habe ich nie gesehen, aber ich finde es auch lustig. Ne. Genau mein Humor, ey. Es ist übrigens wieder der gleiche. Der gleiche Öffnung? Ja. So, Aris, hast du es? Ich habe gerade noch mal gesehen, wie der hinten gespawnt ist. Digga, Aris. Ich war gerade Richtung Wiesenrad hoch. Nice, 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 nice. Wir wollten Jerry mir mal wieder eine schöne, sexy, kurze Folge schenken und du ziehst das jetzt in die Länge. Ja. Genau. Das ist übrigens der BR8, Digga. Aber die wurden echt komplett vergessen, die Leute, ne? Also man muss sagen, es kam schon mal vor, muss ich leider sagen, da habe ich vielleicht mal gebunkert, beziehungsweise meine Frau. Ich liebe diesen Frischkäse Boko. Kennt ihr den? Ja. Den gibt es so in India, dann gibt es den noch in Jalapeno und so einen Scheiß. Ja, ja. Und da hat meine Frau als letzten Fall, also das ist ja alles super teuer geworden durch die Inflation. Ich bezahle schon knapp 2 Euro dafür und war ein Angebot für 88 Cent. Und hat sie 2 India und 2 Jalapeno gekauft. Also 4. Das ist doch nicht Bunkern. Das ist nicht Bunkern, ne? Ja. 4 Stück. Wenn sie 2 Paletten, dann würde ich sagen, das ist Bunkern. Okay, ne. So weit ist es noch nicht gekommen. Wir sind übrigens schon ungefähr 8 Punkte weiter gefahren. Also ich muss sagen, ich warte hier mittlerweile, aber Marvin ist schon wieder weiter gefahren. Ja, 1 Punkt Digi. Du musst nur gerade aufbauen. Ja, 1 Punkt von mir aus, Monsieur. Das sind 5 Sekunden. Los, fahr 5 Sekunden nach vorne. Ich zähle. Dann bist du bei mir. Warte, ich zähle runter. 3, 2, 1. Hallo, ich zähle. Okay. Fahr los. Du musst ja in Speed sein. Los. Hallo, fahr doch mal los. 5 Sekunden ab losfahren. Nein. Fahr los, ich zähle dann runter. Nein, so geht es schneller. Okay, ab jetzt los. Ich zähle runter. Fahr los, ich zähle dann runter. Wenn du zählst runter, dann fahre ich runter. Nein, so geht es schneller. Ich sehe dann ja, wann du losfährst. Hallo, mach es doch einfach. Alter, ihr seid ja schon eher fahr los. Okay, und. Minus 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Waren 6 Sekunden und du hast bei Minus 1 angefangen. Also waren es 7 Sekunden. Sorry, Alter. Also war es 50% daneben geschätzt. Es waren 7 Sekunden, du mieser Chuck. Du hast 50% daneben geschätzt. Das ist ziemlich ungenau. Digga, das sind keine 50%. Klar. Ja, okay, es sind 45% oder so. Aha. Ja, ich habe mich dann aber nur um 5% verschätzt und du dich um 50. Du Lackskopf, Alter. Du hast wieder Statistik studiert, ey. Du schaffst es, ja, gleicher Scheiß, gleicher Scheiß, Full Speed. Re-Spawn mal, mal schauen ob Ares ein bisschen schneller ist als sieben Sekunden. Eins, zwei, drei, was macht der da, ey, was macht der da, ey, geht der da einfach raus, eins, zwei, drei, okay, Deal, da ist er endlich, Digger, was für eine schwere Geburt. Hallo, das sah sogar richtig fresh aus, ich habe mich sogar gedreht dabei, lol, was für einen Kackenhof, äh, richtiger Kackenhof, aber wenn ihr eine Sache bunkern könntet oder würdet, was wäre das, eine Sache, eine einzige Sache, wäre das Scheißpapier, wäre das ein spezielles Lebensmittel, kann auch, kann auch, kann auch Zahnpasta sein oder so ein ein bisschen, Max? Ares? Hier werden's konserven, irgendwie Raviolis oder irgendwas, die sind lange haltbar, machen satt. Ich hasse Ravioli. Ich mag's ja auch nicht sonderlich, aber im Ernstfall. Wenn du kann, wenn die Welt untergeht, dann will ich noch meine ekelhaften Scheiß-Ravioli essen. Oh, geil, ey. Olaf, man könnte da mit Zombies gut bewerfen. Einmal in meinem Leben will ich noch richtige Scheiße essen. Aber ja, der Gedanke ist ja nicht böse. Also, ich esse Dosen Raviolis so auf dem Festwil oder sowas, esse ich das auch mal irgendwie zum Frühstück mit oder so, aber, ja. Aber eigentlich lieber nicht. Ne, geil ist es wirklich nicht. Ich würde lieber drauf verzichten. Nein, oh, ey, ich hab auch verkackt. Ey, dieser BR8 ist aber auch wirklich ne Scheißkarre, ey. Richtig ne Scheißkarre. Aber Pepsi Max lässt sich gut stapeln, da kann man gut bunkern. Außerdem ist es ein geiles Getränk. Fahrt doch einfach mal schnell. Macht das so, wie ich warte. Fahrt so, 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 bam. Und jetzt hier rüber, bam. Ey. Oder hat das auch noch etwas zu verarschen? Ok, wir machen das so. Dick, wir machen das so. Komm her. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, Deal. Ja, ja, ja. Ja, checko, also. Nei, ey. Ah, das spielt auf ihn drauf. Ey, geht das einfach vollkommen durch, ey. Ja, ich wüsste gar nicht, was das bei mir ist. Müsst du nochmal überlegen, also, was wäre denn wichtig, was könntest du irgendwann richtig geil traden? Also Lebensmittel natürlich, die sind immer ganz geil, ne? Zahnpasta? Ja, ich würde jetzt irgendwie Geld draus machen würde. Einfach, du hättest, du möchtest, du möchtest trinken. Besser schmeckt als Wasser. Ich würde, glaube ich, Goldmünzen horten. Ja. Ja, okay, wenn es darum geht, also Gold würde ich auch nehmen, ne? So 3 Tonnen Gold, so würde ich auch horten. Wo willst du hin damit und was machst du, wenn dir das jemand wegnehmen will? Deswegen lieber Pepsi Max, das würde auch keiner haben. Also schon, aber sie würden mich nicht umbringen dafür, glaube ich. Aber Deko würde nur das Pepsi Max in den 1 Liter Flaschen nehmen und in den Hardplastik, nicht in diesen komischen Softplastik, ne? Natürlich, Hardplastik, sonst ist umweltschädigend. Also noch umweltschädigender. So, da bin ich jetzt endlich drauf, Nummer 1. Hier jetzt ein bisschen mutiger sein, ja. Hä? Achtung, man muss das gar nicht nochmal machen. Doch, muss man das machen. Ich hab den Punch. Ich nicht. Ich hab verkackt. Walk on the Marvin. Hallo, ey. Walk on the Marvin. Komm doch. Mir ist schon fertig. Aber ich weiß, was du meinst mit Kacke. Hallo. Wetten, du hast 1 der 4 gedrückt in dieser Ficker? Nein, hab ich nicht. Er hat selbst 6 gedrückt gehalten. Hallo. Oh ne, alter. Alter, so bist du, ey. Ach. Schon wieder, ey. Los. Ja. Wann platzt mein Hinterreifen? Ja, darauf weißt du auch die ganze Zeit. Oder deinen. Allein. Warum sind deine Reifen aber nicht geplatzt? Ich mach die ganze Zeit so richtig, richtige P-Rechnung so. Euler'sche Zahl geteilt durch 3. Wann, wann platzt der Lachs? Du hast extra, extra nicht selber gespeedet. Ey, du kannst ja gar nichts, ey. Zum Berechnen der Reifenplatzung nehmen, alter. Oh, das Lime ist gegen Euler'sche Zahlen, natürlich. Lade mich nicht voll, als hättest du irgendwie Mathe studiert, ey. Euler'sche Zahlen nimmst du für die Quadratenteilung von, äh, von, von, äh. Okay, Deal. Haben wir also geklärt, ja. Ist doch nicht bei Gummi drinne. Eine Güte, ey. Lime ist gegen Unendlich, ja. Oh, Diko, jetzt geht's los. Oh, yeah. Oh, nein. Wolltest du, wolltest du ein bisschen trauen? Nein! Nein! Oh, das ist der Geschieftete, schade. Ich dachte, damit könnte ich halt trauen. Es kommt leider der Deluxo. Aber der Schieft Deluxo. Der Schieft Deluxo. Das ist ein... Achso, dass der nicht fliegen kann. Der nicht fliegen kann, ja. Oh, schade. Hardcore-Gemonitor Deluxo. Kann sich noch an die ganzen Deluxo-Maps erinnern? Auch mit dieser Scheißkarre, ey. Alter, nie wieder, ey. Oh. Nein, ich falle runter. Nein, ne, ich mich sogar an eure Videos. Danke. Da seid ihr auch so ein Parcours gefahren und da könnt ihr die Deluxo-Eiskarte ziehen. Ja, du musst ja immer so einen Raketenstart machen. Das ist ja so... Hallo. Ne, ich hab gewonnen, Digga. Ne. Ja. Du hast dich mitgerissen. Ne, ich komm wieder drauf. Easy. Aber ich respawne, weil ich jetzt weiterfahren möchte. Ja. Ja. Richtiger Sch... Wint. Hat das? Du schaffst. Ja, war auch easy. Wollte schauen, ob du es schaffst. Richtiger Palabakopf, ey. Okay. Einmal, einmal grad. Ich find die Lenkung einfach von dem Deluxo einfach so scheiße, ey. Es ist so ein Schmutz, Digga. Es ist einfach so ein Schmutz. Er ist doch voll einfach. Ja. Fuck. Ich war kack, Digga. Und jetzt einfach hier rein. Oh. Uff. So gibt's da einen Punkt, ey. Uff, Alter. Uff. Aber ey, den Lachs hatte ich schon lange nicht mehr. Fahr doch geradeaus, Digga. Fahr doch einfach. Uff. Achso. Digga. Okay, 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 okay. Spring Deluxo! Spring! Nein, 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 nein! Boah, Alter. Ah, das ist aber so eine Kappenhöre, ey. Also ich muss sagen, ich bin Profi. Sag der Richtigke. Ey, seid ihr immer noch da? Ja, wir trollen die ganze Zeit. Ey, hee den einfach weiter. Digga, weiter heeaten hast du noch gar nicht gesehen bei mir, ey. Let's go, let's go. Weiter heeaten kommt jetzt erst. Kann man das irgendwie hinkriegen? Nein, ficken. Oh, der Lachs ist gerade eingefahren. Der Lachs ist eingefahren. Und Pro Boss Aradine, hallo. Hallo. Ich glaube, du verkackst das nur, wenn der Lachs komplett ausgefahren ist. Oh, oh, guck mal nach unten links. Oh, hallo. Wir fly wie ein Möwe. Digga, erfährt aber ein Ziel. Aber hier wäre eigentlich gar das Ziel gewesen, ne? Digga, ich hätte dich ja easy-weezy eingeholt, Brudi. Hast du aber nicht. Wo ist er? Er verkackt das nur, wenn er komplett ist. Oh, Alter. Was ist los? Er ist auch beim Weitsprung verkackt. Hä, wie kann man das verkacken? Ja. Indem das Tor ganz ausgefahren ist. Hä, was macht mein Deluxo? Deku, guck mal. Guck mal schnell bei mir. Guck mal. Ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal. Backstream, 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 Backstream. Immer eine Backstream, immer eine Backstream, immer eine Backstream, immer eine Backstream, immer eine Backstream. Jetzt. Digga, richtige Kerze, ey. Digga, wie? Hast du das gemacht? Ja. Profi. Boah, Alter. Okay, das war schon nicht schlecht. Okay, Aris, schaffst du es? Nö. Warte. Wie, warte? Auf gar keinen Fall. Ja, warte. Hä? Du musst das jetzt hinkriegen. Let's go. Hey, du bist so ein mieser Schacko. Hä, das ist easy, easy, möglich. Drei Sekunden haben wir nicht voll. Sei, sei froh, dass ich überhaupt noch die Kerze gemacht habe, ja? Einmal noch. Einmal nur. Einmal nur. Also, hätten wir nicht auf Aris gewartet, wäre das, glaube ich, ein 7 Minuten 20 Rennen. Deswegen, danke schön, dass du so ein bisschen in die Länge gezogen hast. Ihr geht raus. 6 Minuten 30 Challenge an euch, Muchachos. Ja, 6 Minuten 30 Challenge geht raus an euch. Könnt ihr diese Challenge schaffen? Schaut auf jeden Fall bei Aris vorbei. Schaut in die Beschreibung. Bis dann. Reingauen. Ciao, ciao. Reingauen.